Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Hallo again. Guten Tag. Ich sag einfach, hello again. Ich möchte dich heute noch sehen. Okay. Dort, wo alles begann. Der textsichere Gäste, geil. Der textsichere Gäste, ja. Das sind ja Songs, die ich jede Woche auflege. Die müssen ja sitzen. So ein bisschen Carpendale war das, ne? Ja. Howard wohlgemerkt. Ja, natürlich. Nicht Annemarie. Heißt die Annemarie? Die Frau vom Sohn. Die Moderatorin. Anneliese, Annemarie Carpendale, irgendwie sowas. Naja, ihr wisst schon. Wir reden natürlich von Howie. Von der Südafrikane Howie Carpendale. Hallo again. Ja. Ich bin wieder da. Oh, willst du mal heute die ganze Show so machen? Ich mach heute den Howie. Howie. Ja. Würde dir das gefallen? Ja, natürlich. Wenn ich meine Filmrezensionen in der Stimme von Howard Carpendale mache. Natürlich gefällt ihm das. Natürlich. Ja. Was ne Frage. Dann kannst du dich wieder lustig machen, über meine Akzente und Dialekte. Die nicht on point sind. Das ist ja dann mit Ansage, das ist doch gut. Mit Volley. Ne, das machen wir natürlich nicht. Es ist aus dem politisch Korrekten, mich als Südafrikaner auszugeben. Auch wenn er weiß ist. Mhm. Ja. Ja, ne, das wollen wir natürlich vermeiden. Man könnte es natürlich versuchen. Ja, man kann es so lassen. So lassen einen direkten Vergleich auch einen schwarzen Südafrikaner vielleicht zimitieren. Mhm. Und gucken, wie das läuft. Ja. Gucken, welcher mir besser liegt. Okay. Guter Plan? Ich glaub, das sparen wir uns einfach. Die erste Hälfte als Howard Carpendale, die zweite Hälfte mit Nelson Mandela Akzent. Mhm. Guter Plan? Weiß ich nicht. Weißt du nicht so recht? Nee. Lass es einfach mal geschehen. Okay. Go with the flow, Lee. Ja, ja, gut. Ja, ja, gut. Ich guck mal, was passiert. Er guckt. Red Flags an jeder Ecke wieder hier mit seinem Co-Moderator. Mhm. Ja. Das ist immer so ein dünnes Eis hier, wirklich. Banausen halt. Ja. Deswegen sind wir Banausen. Ja. Ja, aber wir sind natürlich nicht, wir sind kein politischer Podcast und wir sind doch kein Stimmenimitator-Podcast. Schade eigentlich, ne? Ja. Gibt's sowas? Ob's einen Podcast gibt, der sich nur mit Stimmenimitationen beschäftigt? Weiß ich nicht. Du hörst ja mehr Podcasts als ich. Ich höre eigentlich nur Filmpodcasts. Ich höre auch nichts anderes. Ich finde ja diese ganzen komischen gemischtes Hacke und so finde ich ja voll dämlich. Mhm. Ja, stimmt. Und das sind halt immer noch die erfolgreichsten, wa? Ja. Okay, und da guckst du nicht regelmäßig, ob irgendwie solche Podcasts dabei sind? Nee, überhaupt nicht. Also ich, so über die Filmpodcast-Bubble hinaus, hab ich ehrlich gesagt null Ahnung und weiß gar nicht, was da gibt. Aber ich, mittlerweile, gibt's ja nur für jede Lebenslage und vom Heimwerker-Podcast bis weiß ich, gibt's ja nur wirklich alles. Ja, eben. Bestimmt. Aber wie machst du das mit den Filmpodcasts? Suchst du da in regelmäßigen Abständen nach neuen? Ja. Okay. Ich gucke, wenn's da neue gibt, dann höre ich da schon rein und gucke, ob das eventuell auch potenzielle Gäste für uns sind. Mhm. Oder ob die unterhaltsam sind oder was die anders machen. Das interessiert mich dann schon. Was würdest du sagen, wie oft kommen da so neue Filmpodcasts auf den Markt? Immer wieder. Das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Markt. Ja, aber so, dass das jede Woche einen neuen gibt oder jeden Monat? Also, dass ein neuer Podcast jeden Monat rauskommt, die Quote, glaube ich, was so deutschsprachige Podcasts gibt, das kann man unterschreiben. Ah ja? Auf jeden Fall. Okay. Ich glaube nicht, dass es einen Monat gibt, wo kein neuer Filmpodcast rauskommt. Plus, das hatten wir ja schon. Die sind ja meistens dann irgendwie nach fünf Folgen sind die raus und so. Ja. Die wollten einmal erzählen, wie toll sie Indiana Jones finden und dann war's das auch. Ja. Also, der Markt ist auf jeden Fall sehr riesig. Es gibt, Alessandro hat mich auf einen Podcast gestoßen, der ist wirklich super, super nervend. Also, wenn man sich richtig aufregen will und der sagt selber, das ist so ein Podcast, über den man sich gut aufregen kann. Weil das ist so ein Typ. Erstens, das Konzept ist ganz lustig, weil er holt wirklich immer außenstehende Leute als Gast. Außenstehende? Ja, so Leute, die er halt nicht kennt, die irgendwie Bock haben mitzumachen und so und die Bock haben über einen Film zu reden, die holt er dann irgendwie ran. Deswegen ist die Qualität von denen halt immer sehr bescheiden, weil das irgendwelche... Die Tonqualität? Die Tonqualität. Die Tonqualität. Nee, die Tonqualität. Das sind halt nicht irgendwelche Setups, sondern es sind halt irgendwelche Freizeitler, die sich da zuschalten. Ja, wiederum klingt ganz gut von der Technik, weil er ist ja der Main-Moderator. Okay. Und dann geht es darum, so Klassiker zu nehmen, aber die so nach Logik zu hinterfragen. Und da habe ich mir so eine Halloween-Folge angehört, wo es halt darum geht, woher der Michael Myers überhaupt weiß, wie er fahren kann. Weil er ist ja als kleiner Junge, ist ja dann irgendwie die Irrenanstalt gekommen und sowas wird dann hinterfragt. Würde dir vielleicht gefallen. Und dann hängt er sich so an den übelsten Szenen, also an den einfachsten, unwichtigsten Szenen auf und zerlegt die halt und ist eigentlich nur 90 Minuten beschäftigt, diesen Film auseinanderzuleben und zu analysieren und alles, was so falsch läuft und so. Also es ist einfach ein Idiot. Und es ist halt auch bisher auch eigentlich dämlich, jeden Film nach Logiklöchern zu durchsuchen. Also zum einen, finde ich, macht man sich dann ja auch irgendwann den Spaß am Film kaputt. Aber zum anderen sind ja auch die meisten Filme gar nicht so gestrickt. Also deswegen ja auch Fiktion. Also ich finde in den meisten Fällen, wenn diese Fiktion auch genau so in unserer Realität stattfinden könnte, dann ist es ja auch oftmals ein bisschen lame. Ja und ich mag halt keine, also ich schalte grundsätzlich ab oder bin komplett anti, wenn ich merke, dass einer jetzt nur über Filme redet, um die zu zerlegen. Also wenn ich das Gefühl habe, der Typ mag eigentlich gar keine Filme. Hier haben wir schon mal einen guten Kandidaten. Also alles, was ich sage, ist richtig. Das ist zum Beispiel ein Typ. Ich habe noch nie, also ich habe selten erlebt, dass der irgendwie leidenschaftlich über einen Film redet, dass er den dann wirklich mag, dass er darüber kommt, dass er emotional, dass er den mag, sondern es geht eigentlich nur darum, Filme zu zerlegen. Oder David Heine ist auch so ein Typ. Bei dem habe ich immer das Gefühl, er hasst Filme so. Ja, da fragt man sich halt, warum reden die dann darüber? Ja gut, das hat natürlich auch seine Zielgruppe, dass die Leute halt auch feiern, wenn einer Filme, die grundsätzlich populär sind, halt dann auseinander nimmt, sowas wie Forrest Gump und so. Das ist dann edgy. Ja gut, aber irgendwann muss man sich halt schon fragen, warum ziehst du dir überhaupt noch Filme rein, wenn du offenbar jeden Scheiße findest? Die Frage stelle ich mir dann auch, warum man dann überhaupt Filme guckt oder warum man über Filme redet, wenn offensichtlich nicht die Leidenschaft da drüber kommt für die Sachen. Und der Typ, der halt Halloween rezensiert, ist auch so einer, wo ich denke, das ist mir zu wenig Herz und zu viel Hass. Dafür, dass man so viel Zeit da investiert und sich so sehr mit Filmen beschäftigt, ist das zu viel Hass. Ja okay. Kein Fan von. Hm, aber cool, das heißt, du stößt auch hin und wieder auf Konzepte, die es noch nicht gegeben hat. Wie sowas. Ja, das ist vom Konzept auf jeden Fall mal was anderes, außer mit den zugeschalteten Gästen, das ist okay. Aber, ähm. Gibt es denn sonst noch irgendein interessantes Konzept, was dir mal untergekommen ist? So bei Filmpodcasts? Ich habe von einem Podcast gehört, äh, da weiß man nicht, was der andere bringt. Ja, das hat auch schon oft zu Schwierigkeiten geführt. Und da kommt dann ein Film, wo der andere nicht mal weiß, dass der rezensiert wird. Das ist natürlich ein krasses Konzept. Das ist so krass. Und die raten sogar die Punkte des anderen, ähm, teilweise sogar bevor der Film rezensiert wird. Das ist ein erstaunliches System. Ja, und in letzter Zeit ärgern sie sich dann auch noch darüber, dass da Filme dabei sind, die sie auch gerne gesehen hätten. Das sowieso. Deswegen kippen wir halt das Konzept und, äh, erwähnen jetzt jeden Film, den wir, den wir rezentrieren. Ja, genau. Damit es keine, äh, boah, schade. Tja, hättest du mal. Ja. Wird Zeit. Meinst du? Nach 300, äh, was sind wir jetzt? 355 Episoden. Das ist die 345. Ja. Das ist die 345. Scheiß aufs Konzept. Genau. Kein Überraschung. Alles anders. Wir machen jetzt alles wie alle anderen. Ne, ich glaube, du weißt immer noch nicht, was ich heute dabei habe. Immer noch nicht. Ja, aber du könntest, also das eine könntest du auf jeden Fall erahnen. Aha, eins deiner Lose. Ja, about time, würde ich sagen. About time. A boat time. Ja, a boot. Ja. Und about Schmidt gibt's heute auch noch. About Schmidt gibt's auch noch, ja. Und about, äh, meine Projekte gibt's auch noch einiges. 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 Oh, jetzt aber. Ja, ja. Ja, du darfst anfangen. Ja, ich darf anfangen, ja, dann mach ich das gleich. Gut. Und fang an mit ein bisschen Animationsspäßen. Animationsspäßen. Und zwar, ähm, die erste und einzige Marvel-slash-Disney-Kollabo. Vielleicht dürftest du jetzt wissen, um welchen Film es sich handelt. Weil, ähm, die Leute bei Disney, die Zeichner und die Animatoren, haben nämlich in die Hände geklatscht und haben sich, äh, haben mit den Zungen geschnalzt, als sie natürlich gehört haben, dass, äh, Marvel aufgekauft worden ist von dem, äh, klitzekleinen Disney-Konzern. Mhm. Und da haben sich natürlich ganz neue Möglichkeiten eröffnet und haben dann gesagt, da können wir jetzt mal ein Marvel-Portfolio, äh, ein bisschen rumstochern. Haben das auch gemacht und haben original Marvel-Stoff genommen, von denen es auch Comics gibt und haben daraus einen Animationsfilm gemacht. Und das Ergebnis war ein Oscar für den besten Animationsfilm des Jahres 2015. Der Film selbst ist aus dem Jahr 2014 und hört auf den Namen Baymax. Ach. Riesiges Robo-Wabo. Ja, stimmt. Big Hero 6 im Original. Mhm. Und den hab ich mir jetzt erstmalig angeguckt. Ach, wie geil, den kanntest du noch nicht. Nee, den kann ich noch. Da freu ich mich für dich. Ich hatte damals so viel Spaß mit dem Film. Hat's Spaß. Ich hatte riesen Spaß bei dem Trailer schon, weil wir wurden ja auch zugeballert im Kino mit dem Trailer und das war eigentlich nur so ein Teaser, wo dieses Vieh so ein bisschen gezeigt worden ist. Also es war, glaube ich, nur eine Szene und ich fand's super lustig. Ähm, und hab aber den Film dazu noch nie gesehen. Ja, das Regisseur-Douro, Don Hall und Chris Williams, die waren schon, äh, animationstechnisch und auch für Disney unterwegs. Äh, von den beiden stand nämlich auch der Film Vaianer und Don Hall selbst hat auch den letzten Disney-Film Strange World, hat er, das ist, glaube ich, der aktuellste, den hat er auch inszeniert. Von Chris Williams ist wiederum auch The Sea Beast, der Netflix-Animationsfilm, der auch im Oscar-Rennen war, wie wir hier gesehen haben. Und Autoren haben wir hier drei an der Zahl. Das ist einmal Jordan Roberts, der, ähm, auch schon Rebücher geschrieben von Realfilm. Das Glück an meiner Seite hat er das Drehbuch geschrieben. Das ist dieses Drama hier mit Hilary Swank in der Hauptrolle. Ähm, an zweiter Stelle haben wir Robert L. Baird, von dem ist die Monster-Uni, das Drehbuch, oder Ferdinand, der Film mit diesem Stier, auch nicht gesehen. Und als drittes haben wir noch Daniel Gerson, der wiederum, äh, zuständig für beide Drehbücher der Monster-AG-Filme. Das ist erstmal das Line-Up hinter den Kulissen. Das sind ja schon ganz gute Referenzen. Nicht so schlecht. Wann hast du den gesehen das letzte Mal? Boah, als er rauskam halt. Als er rauskam, frisch. Und danach auch nicht nochmal wie geutscht. Okay. Nee. Aber nicht im Kino? Doch. Ich glaube, ich hab den im Kino gesehen. Ach, hast du ihn sogar im Kino gesehen? Nice. Dann, ähm, werde ich mal in die Story reingehen. Hiro Hamada heißt unser Hauptcharakter. Der erste Hauptcharakter übrigens ein japanischer Boy in einem Disney-Film. Hatte man vorher auch nicht. Mhm. Ist 14 Jahre alt und lebt in der fiktiven Stadt San Fransokyo. Äh, weil wir sind im Jahr 2032 und wir haben hier eine Parallelwelt, weil es gab mal ein Erdbeben und deswegen ist das nicht geografisch so, wie wir das kennen, sondern ist alles ein bisschen vermischt und auch von Architektur sehen wir ein bisschen Tokio und wir sehen ein bisschen, ähm, äh, ja, ein bisschen San Francisco. Also so eine Mischung aus beiden. San Francisco ist natürlich auch mit Bedacht gewählt, weil, äh, ist ja auch eine Hochburg so für Entwickler und für Computertechnik mit allen Drogen dran und deswegen, da sollte hier auch eine Rolle spielen in den Filmen, deswegen hat man auch, ähm, da die Einflüsse genommen. Dazu muss man sagen, die Welt, die hier aufgemacht wird, beruht auf dem Comic von Marvel und das ist wieder hier Weltnummer so und so. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Nummerierung von, äh, in welchem Universum das Ganze spielt. Okay. Und, äh, der besagte Hero macht bei illegalen Roboter-Fights mit, wo man so ferngesteuerte Roboter praktisch so in den Ring schickt und dann so in so einen dunklen Sack, äh, in dunklen Gassen irgendwo, äh, da so um Geld wettet und da ein bisschen Kohle kassiert und dann legt er sich auch teilweise mit, ähm, recht schummerigen Gestalten an. Aber er ist selbst ein findiger Bursche, weil der hat nämlich so Microbots entwickelt. Das sind sich so, das sind so Teile, die sich so ganz schnell zusammensetzen können und, ähm, dann so ein bisschen was Größeres Ganzes ergeben und dann, wenn die zum Beispiel kaputt gehen, dann können die sich wieder sofort zusammensetzen mit anderen und dann ist ganz cool. Und dadurch hat er natürlich so einen kleinen Roboter in dem Game, in dem Roboter-Fight, ähm, den, den ein oder anderen Sieg bringt. Und, ähm, sein großer Bruder Tadashi findet aber, dass er sein Potenzial nicht ausschöpft mit diesen Roboter-Fights und, ähm, dass er so in den Tag lebt und, ähm, er sieht, dass da mehr Potenzial drin ist und nimmt ihn dann mit auf seine Uni. Wo wiederum einige, einige anderen Girls und Boys, äh, sowas wie Superheldenanzüge entwickeln und Waffen, äh, erfunden haben und so eine Sachen. Oder wie Tadashi selbst einen großen, sich selbst aufblasenden, äh, Gesundheitsmarsch-Mallow-Man. So kann man ihn vielleicht beschreiben, weil der ist halt in so einer, in so einer roten Erste-Hilfe-Kiste und wenn du die dann auspackst und auf den Knopf drückst, dann kommt da so ein riesiges, aufblasbares Ding raus, äh, der sich halt nach deiner Gesundheit erkundigt und ob alles fit ist und, ähm, misst deine Werte mit allem Rundrafen. Ähm, Professor Callahan leitet, äh, das Programm dieser, äh, Jugendlichen und dieser jungen Helden, muss man an der Stelle noch sagen und es gibt eine Veranstaltung in der Uni, bei der auch der Tech-Guru Cray zugegen ist. Der hat natürlich großes Interesse an diesen Microbots, äh, die Hiro entwickelt hat und will dem natürlich sein, sein Patente abkaufen, aber Hiro hat erstmal keine Lust da irgendwie seine Sachen zu verkaufen und das Ganze irgendwie finanziell auszubeuten. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze endet in einem Feuer an der Uni. Hiro's großer Bruder rennt dann wieder ins Gebäude rein, um Professor Callahan zu retten, der immer noch drin ist. Und dann gibt's eine riesige Explosion. Hiro's Bruder stirbt bei dieser Explosion und das ist eins der Disney-Filme, wo wir tatsächlich ein enges Familienmitglied haben, was über den Jordan geht, so, da fällt mir kürzlich der Löwen ein oder Bambi, da gibt's schon den einen oder anderen Film, der, äh, das eine oder andere Kind oder Jugendlichen traumatisiert hat und auch hier haben wir ein, äh, ziemlich großes Opfer zu vermelden. Und dann fällt Hiro natürlich so ein bisschen in ein Loch, hat natürlich keinen Bock auf diese, auf diese Microbots und auf, auf, äh, Wissenschaften und auf allgemein, sondern sperrt sich halt so ein bisschen in sein Zimmer ein und vegetiert so vor sich hin. Und, ähm, dann gilt es aber, die Welt zu retten, weil, ähm, kurz danach findet diese Superhelden-Truppe, was heißt Superhelden-Truppe, also diese Studenten um den Bruder herum, finden dann raus, dass jemand nämlich Massen von diesen Microbots produziert, so, ähm, im großen Stil, für sich selbst und ein mysteriöser Mann mit so einer Kabuki-Maske kontrolliert praktisch diese Microbots und, ähm, will auch, hat auch sinistre Pläne, das kann man an der Stelle erwähnen. Und jetzt rüsten sich unsere Helden zum Kampf. Mit dabei auch der besagte Baymax, der Gesundheits, äh, Marshmallow-Mann, der, ähm, der dann quasi sowas wie ein Freund wird für unseren kleinen Hiro und so ein Ersatzbruder, kann man an der Stelle sagen. Mhm. Und dann sowas natürlich auch wie Empathie entwickelt. Das ist erstmal die Story von Baymax. Und das ist eigentlich so ein Avengers im Animations-Stil, kann man an der Stelle sagen, weil das ist diese Superhelden-Truppe, alle haben so verschiedene Skills, alle haben verschiedene Sachen entwickelt und, ähm, insofern hat jeder seine, ähm, seine, seine Skills, die es dann im Kampf auch anzuwenden gilt. Und da haben wir natürlich eine riesige Bedrohung, insofern haben wir hier so einen Marvel-Light-Film in Animationsform, was schon ganz witzig ist, von einer Mischung. Ähm, in der Superhelden-Truppe als Sprecher oder allgemein, was die Sprecherriege angeht, haben wir so ein paar illustre Leute, also Jamie Chung ist drin, die kennt man natürlich aus der, aus der letzten Dexter-Serie, ne junge Asiatin. TJ Miller spricht wieder mit, den wir schon bei Cloverfield hatten. Ähm, der übrigens ein Charakter, der offensichtlich der Sohn von Stan Lee ist, weil wir sehen Familienfotos, wo ein älterer Herr nämlich mit ihm auf dem Foto drauf ist, wo er noch ein kleiner Junge ist. Und dieser Vater, der mittlerweile auch verstorben ist, ist hundertprozentig an Stan Lee angelehnt, weil du siehst die dunkle Sonnenbrille, den grauen Schnäuzer, die grauen Haare und du weißt, okay, das ist eine Marvel-Verbeugung. Es wird auch im Laufe des Films nochmal darauf zurückgekommen. Dann haben wir noch Damon Wayans Jr., wir haben James Cromwell, wir haben Alan Tudyk, den du ja gerne hörst und siehst, wir haben Maya Rudolph in einer Sprecherrolle und die beiden Haupt-Charaktere. Also einmal den Baymake selbst, diesen Gesundheitsroboter, der wird gespielt von Scott Adzett. Das ist Pete aus Dirty Rock. Ist keiner aus der ersten Riege, aber durchaus jemand, den man kennen könnte. Und Hiro selbst wird von jemandem sehr unbekannt gesprochen, nämlich, das ist auch ein junger Japaner, namens Ryan Potter, ist im Hauptcast von Titans. Das ist so sein größter Credit jetzt neben Baymax, ansonsten hat er noch nicht allzu viel gemacht. Er spricht praktisch diesen 14-jährigen Hiro, den Helden unserer Story. Und das ist wieder ein Riesenhit für Disney gewesen, weil das Budget betrug 165 Millionen, 668 Millionen war das Box-Office. Wow. Also war auch wieder ein sehr erfolgreicher, eine sehr erfolgreiche Rechnung für Disney. Und ich dachte, diesen armen Konzern werde ich mal am Anfang des Jahres gleich mal ein bisschen supporten mit meiner Rezension und werde ihn mal ein bisschen pushen. Ja, das ist nett. Die sind ja jetzt auch irgendwie erstmalig seit sehr langer Zeit oder ich glaube überhaupt erstmal nicht das erfolgreichste Studio. Ui. Am Ende des Kinojahres gewesen. So, die letzten Marvel und Disney-Filme waren dann doch nicht so erfolgreich, wie man sich erhofft hat. Ja, da waren ein paar Flops dabei. Ja, eben. Da müssen Sie sich was überlegen. Wer war das erfolgreichste Studio? Universal. Universal war Nummer eins. Interestant. Interestant. Na, wie fandst du jetzt den Baymax? Also ich fand ihn gut. Er ist natürlich sensationell animiert. Gibt's nichts daran auszusetzen. Ist aber für mich ein bisschen zu kindgerecht. Ist keiner von den Pixar-Disney-Filmen, wo man sagt, als Erwachsener hat man genauso viel Spaß, wie wenn man da vielleicht so als 6- oder 8-jähriger Bub sitzt. Für diejenigen ist es wahrscheinlich ein riesiges Abenteuer und viel Action und spannend ohne Ende. Wenn du jetzt ein Ü-70-Typ ist, wo wir uns so befinden in der Area, dann ist das für mich jetzt nicht mein Lieblings-Disney-Film. Weil ich finde, er ist ein bisschen zu kindgerecht auf Abenteuer von diesem kleinen 14-jährigen Hero gemacht. Und da fehlt mir so ein bisschen der tiefere Überbau, wie zum Beispiel bei Alles steht Kopf oder Filmen, die mich an mehr umgehauen haben. Oder auch so von einer Comedy, wenn es jetzt Toy Story ist oder sonst was. Also es sind so Filme, da funktioniert auch die Comedy. Hier ist es halt wirklich mehr so, es ist halt so ein Marvel-Film für die kleinen Jungs. Kannst du an der Stelle sagen. Da habe ich jetzt nicht hundertprozentig die Zielgruppe, ist aber natürlich trotzdem ein geiler Film und macht natürlich Spaß, den zu gucken. Aber ist nicht mein absoluter Favorit in der Disney-Hierarchie. So wie zu meinen Infos, geht 102 Minuten und bleibt mir... noch die Punkte übrig, die ich vorlesen könnte. Okay. IMDb 7,8 hat einen Metascore von 74 und Letterboxd bei einer 3,8 für Baymax. Riesiges Robo-Wabohu. Big Hero 6. Übrigens, dieser Name Big Hero 6 kommt auch nicht einmal vor. Also die Superhelden-Truppe heißt wirklich nur im Titel so. Im Film selbst wird sie nicht so bezeichnet. Ich sag siebenmal. Eine 7 nur. Hat dann doch nur für eine 7 gereicht, aber ist auf jeden Fall... Ja, ist halt Disney. Ist halt schon sauberes Handwerk und ein cooler Film. Aber ja, ich glaube vor 70 Jahren hätte ich hier mehr Spaß dran gehabt. Okay. Ja, unter solides Handwerk und sehr erfolgreich fällt mein nächster Film definitiv auch. Da habe ich mir jetzt ein bisschen Zeit mitgelassen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Top-rated übrigens in IMDb 250 auf Platz Nummer 70. The Dark Knight Rises. Ah ja. Aus dem Jahr 2012. Ja, der war ja irgendwie noch fällig, ne? Ja, das wäre einer von denen, wo ich hätte Stein und Bein schweilen können, dass du den natürlich in der Trilogie damals Mitte abgehakt hast. Ja. Hätte ich jetzt... Wurde ich drauf gestoßen von einem Supporter. Was das dann noch nicht war und ich muss mich erstmal selbst überzeugend tabellenmäßig, weil ich war mir sicher, na klar, hattest du schon. Ja, offensichtlich nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr später Nachklapp. Ja, total. Aber das war auch immer der, den ich am wenigsten mochte in der Trilogie. Da stehst du wahrscheinlich nicht alleine da. Ja, eben. Das geht vielen so und auch wenn der finanziell sehr erfolgreich war, weil aus diesen 250 Millionen, die er dann doch gekostet hat, sind 1,1 Milliarden geworden. Also das hat trotzdem gut funktioniert, aber auch so in der Kritik, glaube ich, ist das schon der, der am schlechtesten wegkommt. Und bei den eingefleischten Fans sowieso. Das kann ich übrigens auch gleich auf die Oscars übersetzen, weil das ist der erste Film von Christopher Nolan seit Insomnia 2002, der keine Oscar-Nominierung bekommen hat. Freche. Ja. Und insgesamt sowieso auch erst der dritte Film. Das musst du dir mal geben. Naja, schon eine gute Quote, der Bursche. Ja. Irgendwann wurde das bei dem echt sehr erfolgreich und das in jeder Richtung. Und da hat diese Trilogie natürlich einen guten Teil dazu beigetragen. Und wie schon mit den Teilen davor ist auch dieser hier wieder länger. Also ich glaube, warte mal, das hatte ich mir, glaube ich, nicht rausgeschrieben, aber ich meine, die sind immer, boah, es waren acht oder zwölf Minuten, die dann jeder Teil länger ist. Und so sind wir beim dritten jetzt bei einer Lauflänge von zwei Stunden 44. Ja, und jetzt habe ich ein zweites Mal gesehen. Erst die zweite Richtung? Ja. Okay. Ziemlich sicher, dass ich den zwischenzeitlich nicht nochmal geguckt habe, im Gegensatz zu den anderen. Ich glaube, ich habe auch jeden nur einmal gesehen. Ach, du hast jeden nur einmal gesehen? Mhm. Also gerade die ersten beiden, die würde ich schon jedem empfehlen, auch mehrfach zu gucken. Ja, ja, definitiv. Aber du weißt ja, wie das ist mit einer Rewatch-Quote, die es ja erinnert wird. Ja, ja, und ich meine, natürlich hat der dritte auch seine Momente. Also so ist es ja nicht, weil es ist ja nun wirklich von den gleichen Machern und ich glaube, das Line-Up ist in keinem der Teile so krass wie hier. Mhm. Weil du hast ja einfach sechs Oscar-Preisträger und drei Nominierte und das ist definitiv Rekord für eine Comic-Verfilmung. Aber klar, also wenn Christopher Nolan ruft, dann kommen eben dann doch ein paar Leute mehr. Ja, geschrieben hat das Christopher Nolan mit seinem Bruder Jonathan, David S. Goyan und Bob Kane natürlich auch gelistet. Musik Hans Zimmer. Und ja, das Line-Up ist wie gewohnt eigentlich aus dem ersten Teil, aus den Teilen davor haben wir die meisten ja auch wieder dabei. Von denen, die gestorben sind, mal abgesehen. Und handlungsmäßig sieht es erstmal so aus. Wir sind acht Jahre nach den Ereignissen von The Dark Knight, also es wird im Zeitsprung erzählt und wer das Ende von The Dark Knight kennt, der weiß, dass da jemand zu Tode gekommen ist, der aber ein großes öffentliches Ansehen genossen hat. Und deswegen hat Batman die Schuld an diesem Mord auf sich genommen und sich demzufolge zurückgezogen. Deswegen haben wir jetzt acht Jahre nichts von Batman gehört. Der ist einfach von der Bildfläche verschwunden. Und alle leben mit dieser Lüge, dass Harvey Dent ein geiler Typ war. Und so steht dann auch Commissioner Gordon da vor versammelter Mannschaft und feiert wieder mal irgendwie etwas, was die Foundation, die im Namen von Dent gegründet wurde, gerissen hat. Und die haben eine Menge Gutes bewirkt seitdem. Und deswegen, also der Commissioner, man sieht, dass es ihm nicht gut geht mit dieser Lüge. Aber weil das halt überwiegt, was Positives gemacht wurde, lebt er so damit. Jetzt kommt natürlich eine neue Bösemacht ins Spiel in Form von Bane. Da gibt es halt noch echt gleich zum Einstieg eine ziemlich beeindruckende Sequenz mit zwei Flugzeugen, wo das eine Flugzeug halt von einem anderen Flugzeug in der Luft gekapert wird. Ich erinnere mich, ja. Also das ist schon auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr krass gemacht. Aber das war ja damals auch ein großer Teil der PR, dass Christopher Nolan sowas natürlich echt macht. Also das sind halt wirklich zwei Flugzeuge da. Von außen haben sie die ganze Nummer so in echt mitgefilmt. Und alles, was dann halt drin ist, haben sie dann anders gelöst, natürlich. Aber das ist schon eine ziemlich coole Sequenz zum Einstieg. Und da sehen wir eben, wie Bane sich eine Person schnappt, die, das ist ein Wissenschaftler, und der war an der Entwicklung von so einer Bombe beteiligt und den muss er sich krallen. Der hat dann im späteren Verlauf noch eine größere Funktion. Und jetzt geht es natürlich Richtung Gotham und daran, dass die Stadt übernommen werden soll. Und so passiert es dann auch. Bane und seine Truppen übernehmen da die wichtigsten Spot und dann halten sie Gotham als Geisel, weil die sprengen sämtliche Brücken, wo du von Gotham runterkommen wirst. Eine gibt es noch und da steht dann aber auch das Militär und Bane und seine Truppe machen den Leuten klar, aber dem Moment, wo hier einer von Gotham versucht, über diese Brücke zu kommen, sprengen wir ganz Gotham. Die haben, wie gesagt, so eine Art Atombombe und wollen da alles platt machen. Ja, das ruft natürlich dann früher oder später Batman wieder auf den Plan. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit ich erzählen soll. Achso, ja gut, Sylvia Kyle gibt es hier auch noch. Die lernt Batman natürlich kennen, also als Bruce Wayne natürlich erstmal dann auf so einem Event, weil die einfach bei ihm einsteigt und was aus dem Safe klaut. Und seitdem ist sie dann natürlich auf seinem Schirm und er versucht dann herauszufinden, was mit der Lady los ist. Und die ist dann auch eine Schlüsselfigur im Konflikt mit Bane. Ja, und das Ganze ist halt echt beeindruckend besetzt. Also neben den üblichen, die wir aus den Teilen davor kennen, Christian Bale, Gary Oatman, Morgan Freeman, Michael Caine, Liam Neeson und Cillian Murphy, haben wir als Bane jetzt Tom Hardy. Dann gibt es eine Figur namens Miranda, die wird von Marion Cotillard gespielt. Selina Kyle wird von Anne Hathaway gespielt. Dann gibt es einen jungen, sehr euphorischen Polizisten namens Blake, der wird von Joseph Gordon-Lewitt gespielt. Der Polizeichef ist Matthew Medin. Ben Mendelsohn spielt noch mit. Byrne Gorman, Aidan Gillen, Reggie Lee. Juno Temple ist die Freundin von Selina Kyle. Warte ich gar nicht mehr auf dem Show, okay. Thomas Lennon und Joey King. Ist auch dabei? Ja. Okay. Und zwar spielt die, vielleicht erinnerst du dich, es gibt so Flashbacks an das Gefängnis, in dem Bane aufgewachsen sein soll. Mhm. Und da geht es dann immer darum, dass einer da mal rausgeklettert ist. Und wo es dann ja heißt, das war der junge Bane. Okay. Und in diesen Flashbacks sehen wir diese junge Person und das ist Joey King. Joey King soll als kleiner Batman rausgeklettert sein? Batman? Warum denn Batman? Bane. Ach Bane, achso. Ja, meine ich ja. Aber sie ist doch ein Mädchen. Ja, aber das spielt vielleicht keine Rolle. Ich muss den Film nochmal sehen. Ja, anscheinend. Mir fehlt da der Zusammenhang. Es wird ein Kind erzählt, was da rausgesprungen ist. Und wenn du jetzt Joey King mit abrasierten Haaren da zeigst, wieso ist das wichtig, dass die unter all diesen Klamotten ein Mädchen ist? Mhm. Bitte fahren Sie fort. Es passt nicht. Das Geschlechterbild von Gers. Irgendwas kollidiert da. Ich merke schon. Aber es ist wirklich nicht so wichtig. Es ist ein kleiner Auftritt. Ich fand es nur krass, dass die ja schon auch zwischenzeitlich wirklich eine recht große Karriere gemacht hat und damit halt zu diesem starbeladenen Cast beiträgt. Ich finde es einfach heftig, was hier halt in der Summe aufläuft. Definitiv. Und vor allem, da sind ja auch noch Leute dabei, die man jetzt gar nicht mal so sehr als A-Lister bezeichnen würde, aber die halt trotzdem irgendwie auch schon mal Oscar-nominiert waren und so. Also es ist schon, der Film ist voll mit großen Leuten. Und die Härte finde ich halt, dass die ihre Sache ja auch in den meisten Fällen gut spielen. Und dann gibt es diese eine Szene von Marion Cotillard und die hatten wir ja auch schon mal in einem wenig ruhmreichen Kontext. Und was ich so abgefahren finde, Alter, weil das, also Christopher Nolan hat den Drehzeitraum sogar verschoben, damit es auf Marion Cotillards Terminkalender passt. Weil die hat parallel, also erstmal musste die ein Kind kriegen, so dann ist es okay, einen Monat nach der Geburt legen wir los. Da musste also erstmal das verschoben werden und dann hat die parallel aber noch... Was ist das für Prius? Was? Naja, hochschwanger hat sie halt nicht in die Figur gepasst. Okay. Ja, das heißt, sie musste erst das Kind kriegen und dann konnten die das drehen. Und dann hat die parallel aber Rust in Bone gedreht. Ah, okay. Und ich finde, Rust in Bone ist mal wieder so krass, was sie da schauspielerisch abreißt. Und wenn du das mit der Performance hier vergleichst, wo sie natürlich ihre Sache ganz gut spielt, bis zu einer Szene und da reißt sie ihre Performance mit einer Szene, reißt sie die mit dem Arsch ein. Und dann hände ich mir so, Alter, und parallel hat die einfach Rust in Bone gespielt, was, glaube ich, sogar eine Oscar-Nominierung zur Folge hatte. Ja, der Geschmack von Rost und Knochen. Dazu muss man sagen, also jetzt nicht nur der Film, sondern die ist ja allgemein immer krass. Also ist ja eine mega Schauspielerin. Deswegen erwartet man eigentlich von ihr... Aber Alter, also auch was... Ich weiß auch nicht, was Nolan da gemacht hat oder sonst was, weil ich hatte die schlimme in Erinnerung und jetzt habe ich die nochmal gesehen, und das ist so krass, wie lächerlich diese Szene ist, Alter. Das ist noch schlimmer als Alter. Die sitzt dann da, also die ist dann da so zusammengekauert und dann spricht sie die ganze Szene und hängt sie dann da und dann so... Das ist so schlecht, Alter. Das ist wirklich super lustig eigentlich, aber es geht halt nicht klar in dem Film mit ihrer schauspielerischen Leistung und so. Das ist alles, also ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Also in meiner Erinnerung ist die ganze Szene ein Bruch, weil auch was sie mit Bane machen, und was die Entwicklung angeht, ist sie auch, finde ich, ein bisschen unglücklich. Weil er wird ja als Übermacht dargestellt. Und dann ist ja ab diesem Moment, wird ja klar, er ist gar nicht die Übermacht. Und das fand ich schon auch ein bisschen schwierig. Naja, das... Das hat dann sein Podest auch gewackelt. Das fand ich auch unglücklich, dass es so inszeniert ist. Ja, du meinst, weil es da noch eine Art Strippenzieher gibt. Ja, weil er halt nur so ein Hiwi ist. Ja, genau. Und davor war er halt so... Ja, aber für Liebe. Überkrasser Endgegner. Naja, komm. Ja, aber der Witz ist, dass nimmt diese Physis, die so beeindruckend sein soll, wie sie das bis dahin aufbauen, die nimmt ihm das ja nicht. Es gibt ihm halt eine andere Motivation. Und das ist halt dann... Ich verstehe, was du meinst. Ich fand's lame. Kann ich verstehen. Vor allem in Kombination eben damit, wie Marion Cotillard das dann spielt gegen ihn. Das ist die Kombination von allem, genau. Aber sowieso, für mich ist Tom Hardy hier die größte Fehlbesetzung. Fehlbesetzung? Absolute Fehlbesetzung. Okay. Absolut. Edgy Meinung. Mag sein. Elaborate. Weil ich meine, ich bin auch großer Tom Hardy-Fan. Ich finde es ein super Schauspieler. Der ist in fast all seinen Rollen eigentlich perfekt. Und ich finde aber, es gibt gewisse Figuren, da kannst du halt die Physis, die du nicht mitbringst, kannst du halt nicht wegspielen. Und ich weiß das noch aus den Comics, Alter. Bane war einfach verglichen mit Batman. Also ich glaube, der war wirklich drei Meter groß oder so in den Comics. Das war ein Riesenthema, dass der einfach ewig viel größer ist als Batman. Und das ist deswegen ja schon mal an sich, mit der Physis halt so ein hartes Unterfangen ist, gegen Bane anzugehen. So, und dann kommt da ein Typ, Tom Hardy mit seinen 1,79, muss dann Einlagen tragen von irgendwie drei Inch, damit er halt ein paar Zentimeter größer ist, als Christian Bale schon mal. Weil der kommt halt mit über 1,80 an. Und das ist damit halt schon mal die dümmste Voraussetzung. Ja, dann futtert er sich 30 Pfund an, damit er dann irgendwie halt auch physisch so ein bisschen größer wirkt, neben Christian Bale. Das reicht nicht ansatzweise, Alter. Und der ist auch in der Geschichte, weil Bane gab's schon mal ein paar Mal in Live-Action-Filmen. Und Jeep Swanson, der hat den ja bei Batman & Robin, gab's Bane auch kurz. So, aber das war einfach ein fucking Wrestler, der sechs Fuß vier groß ist. Alter, das war also so ein Mountain, weißt du, so Game of Thrones Mountain-mäßig, Alter. So ein Vieh war das. So muss Bane aussehen, mal mindestens. Weil der ist ja wirklich, also literally aufgespritzt. So, die spritzen ja in den Comics dieses Zeug, was den so aufbläst. Und dann kommt dann Tom Hardy daher. Das ist halt ein Witz. Okay, abgefahren. Der müsste mindestens das Doppelte sein, Alter. Also, weil hier bräuchtest du halt wirklich entweder irgendeinen riesen Basketballer oder einen Wrestler oder sonst was. So ein Typ, der wirklich über allem drüber ist. Körperlich. Hat für mich funktioniert. Ja, für mich nicht. Und dann mit dieser Stimme, Alter. Was soll denn das? Das ist so lächerlich. Das ist auch tatsächlich, also zum einen dieses blöde Vader-Ding, dass der halt durch diese Maske dann anders spricht. Und dann denke ich mir, das ist aber auch akustisch voll blöd abgemischt. So, was soll denn das? Weißt du, jetzt gerade zum Beispiel in diesem Flugzeug. Du hörst halt drumherum übelst Commotion natürlich durch die Luft, weil wir einfach in der fucking Luft sind. Und alle schreien da rum und bla. Ja, und dann hörst du aber einen Bane, wie er total tiefenentspannt spricht. Und du hörst dann da seine Stimme, wo einfach so ein harter Flanging-Effekt drauf geballert ist. Und dann klingt er halt, als würde er durch eine Röhre sprechen. Und das aber in einer Seelenruhe. Und plötzlich ist auch die Abmutterung viel leiser und so. Und es klingt einfach wie fucking Tom Hardy im Studio. Was sich so alles auffällt. Ja, weil es einfach nicht geil gemacht ist. Also Bane als Figur mit der Stimme. Das Einzige, was schockt, ist das Kostüm. Aber die Physis von Tom Hardy schockt kein bisschen. Die Figur schockt damit überhaupt nicht. Die Stimme ist ein Witz. Das ist alles, Mann. Das ist für mich die lächerlichste Bedrohung in einem Batman-Film ever. Fand ich Danny DeVito als Pinguin krasser, Alter. Danny DeVito war ja auch krass als Pinguin. Ja, aber der war trotzdem irgendwie als Bedrohung ein Witz mit seinen Spielsachen da. Er hat eine Pinguin-Armee, Junge. Ja, ja. Aber gut, das ist irgendein ganz anderes Szenario. Und ich meine hier, ja. Also es ist irgendwo schon auch irgendwo lustig, irgendwo auch lame, dass er, dass Nolan alle seine Bösewichte in den Batman-Teilen eigentlich gleich etabliert. Es ist immer so, dass der Teil seiner, dass der als einer seiner eigenen Henchmen auftritt und dann halt quasi enttarnt wird mittendrin. Und also wie gesagt, Bane, ich finde es unglücklich, dass die hier, und ich meine, das kommt ja noch dazu, du siehst, es gibt einen einzigen kurzen Shot in einem Flashback, wo du überhaupt das Gesicht von Tom Hardy siehst. Ansonsten siehst du hier nur Bane mit dieser Maske. Das hätte fucking Vin Diesel sein können, Alter. Das hätte einfach jeder sein können, der eine beeindruckendere Physis mitbringt als Tom Hardy. Weil auch das, was der hier spielen muss, der steht 90 Prozent, also wenn er sich nicht prügelt, steht er 90 Prozent der Zeit rum und hält sich an seinem Kragen fest. Das ist de facto nichts, wofür du einen Tom Hardy brauchst. Erst recht nicht mit diesen körperlichen Voraussetzungen, finde ich halt. Okay. Also, für mich hat er gut funktioniert damals. Alter, Bane ist in den Comics sechs, acht bis sechs, elf groß, Digga. Tom Hardy ist fünf, neun. Was ist das für ein Witz? Naja, das ist ja auch eine Frage der Inszenierung. Tom Cruise wird ja auch immer groß inszeniert in seinen Filmen und ist ja normalerweise ein kleiner, als er nicht nachschiedet. Dann musst du halt auf jede Totale von Batman und Bane verzichten und dann darfst du aber halt so eine Handlung nicht erzählen. Das ist super ungeschickt. Du hast ihn jetzt frische Erinnerungen, aber ich weiß zum Beispiel diese Flugzeugszene, da kann ich mich richtig erinnern, dass ich nichts verstanden habe von seinem Genuschel und dachte so, Alter, wenn der den ganzen Film so überredet, habe ich echt ein Problem, weil ich verstehe gar nichts und dann plötzlich hat das so, haben so die Zahnräder ineinander gegriffen und auf einmal habe ich alles verstanden, was er gesagt hat, so durch dieses Genuschel. Das ist ja das Ding, es ist ja kein Genuschel, es ist ja viel deutlicher als der Rest. Er hat sich halt eine Stimme, eine Art zu sprechen überlegt, das ist auch wohl angelegt an so einen Bare Knuckle Fighter aus Irland oder nee, so einen walisisch-irischen Traveller-Typ, der halt ungeschlagen war, Bartley Gorman. Ist ja alles schön und gut, aber es schockt nicht. Aber da gab es doch diesen Kampf zwischen ihm und Batman, wo er ihn übelst auf die Fresse haut und wo die Maske noch irgendwie zur Held abbricht und so weiter. Also ich fand das schon beeindruckend. Also da kam schon rüber, dass der eine Physis hat und dass der Bad ist. Naja, da haben sie es wiederum so gemacht, dass halt die Schritte von Tom Hardy sind unterlegt mit einem fetten Bass. Klar, Sounddesign ist natürlich wieder perfekt und von Batman hörst du quasi gar nichts, wenn er läuft. Das ist natürlich schon mal ein derber Kontrast. Die haben mit allen Mitteln versucht, Bane irgendwie massiver als Batman zu inszenieren. In meinen Augen hat das halt nicht geklappt. Okay. Ich denke mir die ganze Zeit, Batman müsste den so frisch machen, Alter. Weil der halt in meinen Augen schon krassere Leute frisch gemacht hat. Aber das, ja, das musst du halt kaufen und ich tue mich schwer in dem Film. Aber das Schöne ist, du hast ja trotzdem, du hast ja ausreichend andere Schauwerte. Also über 2 Stunden 44 sehen wir ja zum Glück nicht nur Bane. Was finde ich, abgefahren funktioniert, gerade so aus heutiger Sicht, wie er mit Bane und seinem Trupp da einmarschiert und Gotham übernimmt, das hat für mich krasse Trump-Parallelen. So den Sturm aufs Kapitol und solche Geschichten, weil du einfach plötzlich so eine Militia hast, die hier mal kurz den Laden übernimmt. Und wie er da mit seinen Rednecks auftritt, das hat schon irgendwie krasse Trump-Parallelen. Okay. Deswegen finde ich das aus heutiger Sicht schon irgendwie ganz geil. Was auch ein Stück weit funktioniert, finde ich, ist so diese Rangehensweise, dass Nolan gesagt hat, bei Batman Begins geht's um Angst, bei Dark Knight geht's um Chaos und bei The Dark Knight Rises geht es um Schmerz. Deswegen ja auch die Nummer, dass er eben Batman hier den Rücken bricht und er sich dann wieder hochpäppeln muss oder damit dann dieses Titelgebende The Dark Knight Rises stattfindet. Das funktioniert schon und ich kann auch trotz allem mit der Länge gut leben, weil du hast schon auch hier wieder wahnsinnig beeindruckende Dinge, die passieren. Es ist halt natürlich handwerklich alles richtig gut gemacht. Also wie Batman inszeniert ist, das funktioniert halt für mich nach wie vor alles sehr, sehr gut und es gibt hier ausreichend andere spannende Figuren. Ich meine, ich bin ja auch kein riesen Anne-Hathaway-Fan und für mich funktioniert die als Selina Kyle wunderbar. Macht sie gut. Finde ich auch. Naja. So, ich glaube, viel mehr kann ich nicht erzählen. Dann Punkte. 8,4 sind's auf einem Libby. Der Metascore ist bei 78 und Letterboxd ist bei 3,7. Ich sag 7,5. 8 sind's noch geworden. Noch eine 8? Ja. Ja, dann. 8 bist du auch, ja? Dann gibt's einen Einigungsklingel, weil ich bin auch bei 8 für The Dark Knight Rises. Okay, hast du hast du bestimmt gemacht, ne, Punkte auch nachgereicht bezüglich Batman Begins und Dark Knight. Sind wir da überall gleich, oder? Das weiß ich nicht. Okay. Aber falls du... Ja, guck mal nach, weil Dark Knight gibst du wahrscheinlich auch eine 10, oder? Da geb ich, äh, da geb ich wahrscheinlich auch eine 10. Ja, dann sind wir uns da auf jeden Fall auch einig und wo wärst du bei Batman Begins? Äh, nicht bei einer 10, aber bestimmt eine 8,5 oder so was. Ja, das ist jetzt das Spannende, weil ich meine, mich zu erinnern, dass ich da bei 9 war. Mhm. Ich guck mal, ob ich da irgendwas nachgereicht habe. Okay. Da ist er. Übrigens PG-13, das Ganze. Von dir eine 9, von mir eine 8. 8 für Batman Begins? Mhm. Ja, siehste, der ist für mich deutlich stärker als der dritte. Ja, also wenn ich es jetzt im direkten Vergleich sehe, wahrscheinlich wären 8,5 auch noch legitim, aber Ja gut, aber wenn du den auch nur einmal gesehen hast, dann musst du den auch erst nochmal gucken, würde ich sagen. Ja, muss ich nochmal nachholen. Allgemein ein bisschen, ja, die hätte ich schon mal noch rewatchen können, die alte Trilogie. Mhm. Alright. So, jetzt du wieder. Jetzt ich wieder mit meinem zweiten Projekt. Ja. Und den nächsten Film haben wir unserem Azubi zu verdanken. Weil anständig wie er ist, wenn er uns besucht, kommt er nie mit leeren Händen, sondern er bringt immer Gaben. Mhm. Und bei diesen Gaben waren auch Filme dabei, das ein oder andere Mal. Und einen von diesen Filmen habe ich mir jetzt mal angeguckt, weil ich Bock drauf hatte. Und der heißt Maniacop und er ist aus dem Jahr 1988. Ach. Okay. Den habe ich jetzt gesehen. vom Regisseur. Sorry, das war keine Absicht, aber hat gepasst. Okay. Drücken wir nochmal. God, the 80s are wild. Ja, das passt wirklich gut. Weil es geht hier in die 80s und der Regisseur heißt William Lustig, hat alle drei Teile inszeniert. Von dem ist auch Maniac aus dem Jahr 1980, also das damalige Original hier, was auch geremaked worden ist. Okay, ja. Da wollte ich eh fragen, ob das was damit zu tun hat, aber zumindest ist es schon mal der gleiche Regisseur schon. Zumindest ist es der gleiche Regisseur. Und der Drehbohrator Larry Cohen ist jemand, der auf jeden Fall schon einiges geschrieben hat. Der hat glaube ich 90 Credits knapp. Von dem ist auch das Drehbuch von Foambooth mit Colin Farrell das Ding nicht aufliegen oder Bestseller könnte man kennen vielleicht aus den 80ern mit James Woods. Auch ein bekannter Film. haben ein paar Drehbücher geschrieben. Und dieser Film Maniacob ist auch so wieder aus den hintersten Ecken der Videotheken, punktet aber mit gleich zwei besser gesagt sogar drei Genre-Ikonen. Weil Sam Raimi gibt hier auch einen Cameo an der Stelle. Insofern können wir den ruhig als dritten noch mit reinzählen. Und du hast ihn nicht gesehen, oder? Nee. Alright. Dann geh ich mal in die Story rein. Wir sind im New York der 80er Jahre und es geht einen Serienkiller um. Und bald kommt nämlich auch die Bevölkerung mit, was der Zuschauer schon weiß. Der Killer trägt nämlich eine Polizeiuniform. Das ist besagter Maniacob aus dem Titel. Und du bist also als New Yorker oder als New Yorkerin bist du nicht mehr sicher vor deinem Freund und Helfer. Denn als bekannt wird natürlich, dass ein Polizist diese Morde begeht. und wir sehen gleich am Anfang dass so zwei Puerto Ricaner so eine junge Dame so eine Kneipenwirtin die da gerade von Arbeit kommt bedrängt und ihr so die Handtasche wegnehmen wollen und die dann jagen nachdem sie sie zuerst vertreiben kann läuft sie halt diesem besagten Polizisten in die Hände und der hebt sie halt so mit einem Arm hoch und bricht ihr so links rechts halt schüttelt sie so ein bisschen durch und bricht ihr so das Genick. Also ein recht großgewachsener ziemlich einschüchterner Typ. Und das sorgt dafür dass die New Yorker Bevölkerung der Polizei gegenüber so misstrauisch wird dass die anfangen irgendwelche Polizisten bei Kontrollen zu erschießen weil die natürlich dann vermuten dass die gerade in Lebensgefahr sind und als Cop bist du dir nicht mehr sicher. Okay Und der erfahrene Cop Frank McRae der fängt an zu vermitteln und hier haben wir die erste der beiden Genre-Ikonen denn der wird gespielt von Tom Adkins den kennen natürlich Fans aus My Bloody Valentine aus Die Nacht der Creeps aus Halloween 3 und durchaus ein Horrorfilm ein bekannter Schnäuzer den man schon mal gesehen haben könnte und bald gibt's einen Verdächtigen der verhaftet wird und von seiner eigenen Ehefrau beschuldigt wird der Killer zu sein Sergeant Jack Forrest der wiederum gespielt hier ist die Nummer 2 von einem sehr jungen Bruce Campbell und seine Ehefrau folgt ihm folgt ihm nachdem er eines nachts loszieht und er wieder erzählt ja er muss wieder streifen und sie warum denn immer nachts und so und das misstrauisch folgt ihm dann in so ein Hotelzimmer und erwischt ihn mit seiner Affäre Theresa Theresa ebenfalls eine Poliziste muss man an der Stelle sagen und bei den beiden läuft was und sein Ehefrau rastet leicht aus leidet auch in Depressionen schon seit einiger Zeit und wird kurz darauf auch Opfer des besagten Killers und das sorgt natürlich dafür dass Jack Forrest jetzt erst recht im Zentrum der Ermittlungen steht und dann noch verhaftet wird als tatfälliger und diese Morde begangen zwar weil seine Frau nämlich jetzt auch tot im Hotelzimmer liegt ja wir haben ein paar bekannte Gesichter also Richard Roundtree spielt den Polischef Chef und Robert Starr Z Accent D-A-R das ist nämlich auch der Samurai Cop oder das ist Face aus Tango und Cash also schon ein Typ den man nicht groß irgendwie verstellen muss um jetzt diesen finsteren Cop zu spielen lustigerweise er und Bruce Campbell haben ja den Spitznamen The Chin also beide haben den gleichen Spitznamen das fand ich schon ganz witzig und jetzt geht es darum wie man diesen Typen Ding festmacht wenn er seine Mordserie weiter fortfällt weil es gibt glaube ich einen Body Count von 18 oder 19 oder so es geht schon gut ab okay und dazu muss man sagen dass hier auch übersinnliche Mächte wahrscheinlich im Spiel sind weil selbst Kugeln können nichts anhaben insofern könnte man vermuten dass es sich nicht um einen normalen Menschen handelt auch wenn er sehr groß gewachsen und obskur aussieht und es wird natürlich auch irgendwann aufgedröselt dass es eine gewisse Vergangenheit gibt von diesem von diesem Serienkiller in Polizeiuniform und was da passiert ist mit ihm und wer das ist okay wird das denn auch zufriedenstellen für dich aufgelöst naja halt ein bisschen ja zufriedenstellen schon aber schon im 80s gewandt also wild halt das ist halt wildes Bahnhofskino auf jeden Fall das ist ein bisschen Billo der hat ein Budget von 1,1 Millionen gehabt also was nichts Großes ist du hast teilweise schauspielische Leistungen die sind auf jeden Fall an einer oder anderen Stelle fragwürdig dass du dir sagst das ist jetzt auf jeden Fall kein subtiles Schauspiel aber der punktet dann doch mit einigen Sachen die ich ganz geil fand unter anderem dass nämlich die Affäre Theresa die ja eigentlich nur so sein Sexmäuschen darstellt dann aber selbst anfängt zu ermitteln indem sie sich als Prostituierte ausgibt in so einem Rotlichtbezirk und dann versucht diesen Copter zu stellen und die Entwicklung von der Figur finde ich insofern interessant dass die teilweise sogar so groß wird dass unsere Helden um Bruce Campbell rum und auch hier der Cop Frank McRae gespielt von Tom Atkins dass die in die zweite Reihe geraten dass sie praktisch dann so die treibende Kraft in einiger Hinsicht ist in einigen Szenen ohne zu viel verraten zu wollen und das ist schon super interessant für einen Film von 1988 dass man da so ein bisschen Girl Power mit drin hat Good Very good Ja Very good Und das ist Videothekenware das ist Bahnhofskino das ist 1,1 Millionen Budget wert Bruce Campbell in Jung ist definitiv kein guter Schauspieler also der ist halt später sehr kernig geworden und natürlich ikonisch in der in der Rolle des Ash aber was er hier so schauspielerisch zeigt ist auf jeden Fall nicht das Game of Thrones aber Frank McRae mir hat natürlich Bock und allgemein der Film bockt also macht Spaß ist natürlich nicht so ikonisch wie zum Beispiel Miss 45 hier die Frau mit der 45er Magnum die ich hier hatte das ist ja auch ein 80er Jahre Rache Streifen so im tiefsten dreckigen New York und der hat für mich natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert weil der ist cineastisch halt mega das ist Manier Cop nicht sondern Manier Cop ist eher so zweite Reihe slisiges 80er Jahre Kino aber wenn man da ein Fehlwürfe hat wo ich mich durchaus dazu zählen würde dann kann man dem einiges abgewinnen hat auch gerade mal die Hälfte eingespielt von der 1,1 Millionen also nicht der Rede wert hat aber dann noch zwei Sequels nachgezogen glaube ich ich glaube es gibt drei Teile von Manier Cop die kennst du aber nicht die kenne ich nicht ich habe den auch zum ersten Mal gesehen also ich kannte den auch nicht insofern danke Dennis für dieses Mitbringsel konnte ich durchaus was mit anfangen geht auch nur 85 Minuten und hatte ich auf dem Schirm seit jeher aber so natürlich eine super Gelegenheit dem mal zu gucken er macht noch eine sehr interessante Sache aber die würde es spoilern im letzten Drittel das fand ich schon auch ja aber das klingt schon alles sehr spaßig also ich klingt so als hätte ich da auch meinen Spaß mit ja spaßig ist es aber halt nicht wirklich anzunehmen als Zähneknirschendes Spannungskilo der 80er da ist der definitiv nicht ja dann würde ich zu den Punkten überleiten IMDb 6,0 für Manier Cop hat einen Metascore von 40 hier sieht es schon nicht so gut aus und Letterboxd auch nur 3,1 gibt es schon ein paar Leute die an dem Film was ausgesetzt haben aber ich finde ich finde der macht Spaß schwierig ich bin hart am schwanken schon die ganze Zeit entscheide mich mal für die negative Variante und sage 7 7,5 ist es ach fuck genau das gibst du nicht 7,5 es ist wieder der halbe Punktetag ja natürlich ätzend ja bei mir war es ja auch ein halber Punkt insofern vielleicht ziehe ich es ja weiter durch ja mal gucken wir mal schauen wir mal was du noch bei hast ja jetzt endlich mein Los was ich eigentlich schon im Dezember hätte bringen sollen ist es soweit ja von Alessandro und sorry und danke nochmal für dieses Los aber eben sorry dass es so lange gedauert hat jetzt aber ich wollte mir den halt vernünftig angucken das hat jetzt einen Moment gedauert jetzt ist es aber endlich passiert aus dem Jahr 1991 Jaco de Nantes müsstest du mich laut müsstest du mich nicht laut der neuen Regelung darauf aufmerksam machen dass der dass dieses Los in dieser Episode hier folgt falls ich den mitgucken wollen würde ne weil das Ziehen es liegt ja schon lange zurück sehr lange sogar bei dem ach so das heißt ich hätte ich wäre in der Pflicht dann gewesen mich zu melden und zu sagen genau also wir hatten ja bei den Filmen ja sowieso so verabredet dass wenn da einer dabei ist der uns interessiert dann geben wir Bescheid weil da wusstest du ja dass der kommt früher oder später smart that's smart so verstehe auf deutsch heißt er vereinzelt auch nur Jaco und ist von Canal Plus also ein französischer Film von Agnes Varda kennen wir doch ja ich glaube von der hatten wir sogar schon mal einen Film oder ja dieses hier von mit der jungen Dame hier Five Minutes to Paris so heißt er auf jeden Fall nicht ah ja stimmt Sanker Set ja ja genau dieses Synonym für Ficken ja ich glaube das war das Sanker Set aber noch was davor also von fünf bis sieben ja genau von fünf bis sieben und davor war glaube ich der Name von ihr oder ach das kann sein ja ja und die hat 1991 eben diesen Film gemacht das hat viel damit zu tun dass der Herr um den es hier geht 1990 gestorben ist und mit ihr verheiratet war und das halt seit 1962 und da ist die Rede von Jacques Demy das ist nämlich der Herr der auch landläufig bekannt war unter Jaco und sollte man den kennen ja den sollte man kennen yes weil auch von ihm hatten wir schon einen Film der Herr hat insgesamt 22 Filme gemacht und da sind auf jeden Fall einige dabei die in vor allem Frankreichs Kino Geschichte dann doch schon recht viel Furore gemacht haben aber wir hatten hier zum Beispiel die Regenschirme von Cherbourg aber aber Lola de Demoiselle de Rochefort oder hier The Pied Piper der hat schon viele Filme gemacht von denen man auf jeden Fall was gehört haben könnte und ich würde sagen Jacques Demy ist schon auch einer der großen französischen Filmemacher ja jetzt wo du es sagst und dieser Film ist Agnes war das Liebesgedicht an ihren Mann und seine Kindheit was die Inspiration all seiner Filme gewesen ist und das hat sie hier kombiniert mit auch Doku Momenten weil sie ihn zum Ende seines Lebens hin auch interviewt hat davon sind noch vereinzelt Momente drin und rausgekommen ist halt wirklich eine Liebeserklärung wir sind die Handlung sieht so aus wir sind zu Beginn des Films im Nantes Ende der 30er Jahre also wir verlassen Nantes auch nicht wir sind eigentlich den ganzen Film über in der Küstenstadt und Jacques Demy ist ein kleiner Junge sein Vater ist Besitzer von einer Autowerkstatt und seine Mutter ist Friseurin da geht es zum Beispiel schon los mit den Parallelen zu dem Film den wir gesehen haben von ihm weil auch da spielt eine Autowerkstatt eine Rolle und dass ein Typ ankommt und fragt ob es fertig ist und die Friseurin gibt es auch und sowieso also die Familie von Jacques die lebt glücklich und singt gerne und geht gerne ins Kino und zur Puppenshow und ins Theater und eigentlich ist Jacques sowieso fasziniert von jeder Art von Show und Geschichte und so hat der Junge wirklich eine ausgesprochen glückliche Kindheit also das ging so weit dass ich mir zwischendurch hat es mich fast schon genervt weil ich dachte niemand man niemand hat so eine glückliche Kindheit what the fuck aber das ist sowieso kollidierte da so ein bisschen was in meiner Wahrnehmung und dem was der Film erzählt glaube ich das hat aber eben auch einfach viel damit zu tun dass Jacques Dumy offenbar eine Kindheit hatte wo er einfach 24-7 von oben bis unten einfach nur geliebt wurde dafür dass er da ist und demzufolge wahrscheinlich dann auch einfach ein Herz hatte was eben sehr geliebt wurde und im Gegenzug da bei mir vielleicht eher so ein geschredderter Klumpen ist weil ich mir einfach einbildest kann nicht sein dass jemand so viel Liebe erfahren hat in seiner Kindheit war dir zu harmonisch hast du nicht zugehört naja doch es war für mich einfach nicht wirklich nachvollziehbar dass das eine Möglichkeit ist weil ich mir einbilde dass das nicht geht niemand hat so eine glückliche Kindheit bilde ich mir ein aber eben vielleicht wie gesagt kollidiert da einfach eine Menge aus meiner Realität mit dem was mir hier erzählt wird und vielleicht ist auch einfach der blanke Neid der da aus mir spricht aber in meiner Wahrnehmung hat das halt einfach oft geclashed weil ich eben dachte das kann doch nicht wahr sein Alter niemand wird so geliebt ey was ist los ich wurde von sieben Schwestern verprügelt und so weiter warum hat er so eine Kindheit und ich nicht ja unterm Strich wahrscheinlich aber es ist halt also es kollidiert einfach das ein oder andere Mal sodass ich mich dann eben dabei ertappt habe dass ich das zwar wunderschön finde aber dann irgendwo auch denke das Leute nicht im Ernst aber ja also das ist das was uns hier erzählt wird wir sehen also überwiegend übrigens in Schwarz-Weiß-Momenten sehen wir dann Jaco wie er sehr glücklich seine seine Kindheit erlebt mit seinen Freunden spielt mit seinen Eltern singt am Tisch isst seinem Vater kurz was in der Werkstatt hilft dabei gesungen wird und überall wo er ist trifft er auf glückliche Menschen und seiner Familie wird sowieso die ganze Zeit gesungen und dann gehen die eben zusammen ins Kino oder ins Theater und da sind dann manchmal sowieso durch den ganzen Film über haben wir immer wieder auch einen Wechsel vom Schwarz-Weiß zur Farbe weil ein Großteil der Film ist in Schwarz-Weiß und es gibt da aber nicht wirklich eine Regel dass man sagen könnte wenn er dann in Erinnerung springt die später zurückliegt oder so sind wir in Farbe oder da nicht wirklich außer und das macht war da indem sie immer so einen an die Wand gemalten Finger der eine Richtung zeigt einblendet und zwar entweder nach links oder nach rechts weil dann springen wir kurz in eine Referenz die aus einem Film von Demi stammt deswegen also wir sehen der Vater wie er mit einem Kunden agiert der gerade seinen Wagen abholt und fragt ist alles in Ordnung und dann sagt er ja klar hab's gerichtet aber das und das das ist noch normal und dann sehen wir den Pfeil an der Wand oder den Zeigefinger an der Wand und dann springen wir in die gleiche Situation aus Les Paralprix de Rochefort äh de Cherbourg entschuldige und sehen dann da diese Situation in der Werkstatt und dann wieder der Pfeil an der Wand und dann sind wir wieder im Jetzt quasi sehr cool also du kriegst immer so eine kleine Anleitung deswegen also es ist wirklich die Inspiration für Demis Filme bebildert und damit natürlich eine riesen Hommage und man sieht halt eben dass das alles irgendwo aus seiner Kindheit kommt also der hat halt so viele schöne Dinge erlebt dass das alles irgendwie als Inspiration hängen geblieben ist und alles in seinen Filmen verarbeitet wurde und dann kriegt man halt auch so ein Gespür dafür nur gesungen da wurden ja alle Dialoge gesungen und jetzt wird in seiner Familie halt auch permanent gesungen und dann denke ich mir halt irgendwie ja okay gut nachvollziehbar wo es herkommt das ist für ihn offenbar einfach die glücklichste Art zu kommunizieren und so sehen wir dann eben immer wieder situativ bedingt die jeweilige Referenz aus Filmen von Demis Interessant und so als Retrospektive Total und du hast dann sehr super interessant und du hast dann also damit einmal diesen Perspektiven Wechsel der immer wieder kommt damit häufig einhergehend eben auch den Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe wobei es dann im späteren Verlauf auch vor allem je näher wir uns dann im Ende je mehr wir uns dem Ende nähern gibt es häufiger Momente in Farbe weil da kommt dann eben auch diese Doku Spur noch mit rein wo wir am Anfang nur ganz vereinzelt Bilder sehen und es wird dann eben auch mehr wo wir dann den alten oder kurz vor seinem Tod lebenden Demi sehen wie er uns was in die Kamera erzählt oder wie er eben eine Situation beschreibt von damals die wir dann aber auch wieder bebildert sehen weil irgendwann wird dann die Faszination von dem jungen Jacob für diese jegliche Art von Show immer größer und er kauft sich seine erste Kamera um seinen ersten Amateur Film zu drehen und da landet er dann relativ schnell auch bei so Stop-Motion Geschichten weil dann baut er sich zu Hause baut er sich dann so ein kleines Set auf mit so Pappfiguren und dreht dann seine erste Stop-Motion Geschichte und das baut er dann immer mehr aus und zeigt das dann halt auch wieder seiner Familie die ihn dann natürlich in drei Stationen also es gibt drei verschiedene Jungs die den spielen wegen der Altersgruppen oder Altersklasse die da abgedeckt wird ja und das geht bis zum jungen Heranwachsenden der dann eben wohl um seinen Vater zufriedenzustellen schon auch in einer Fabrik gewisse Dinge lernen musste damit er halt was Handwerkliches hat und sich parallel aber immer weiter für Film interessiert hat und auch dann schlussendlich wie er da weitergekommen ist wird auch noch erzählt und ja der Film endet mit dem Ende seiner Kindheit oder mit dem Umzug von Demi von Nantes nach Paris um da eben dann Filme zu machen dann erzählt er uns noch in einem Interview was er dann dass er dann da eben Filme machen konnte und dass er dann eine junge Filmemacherin kennengelernt hat mit der Kinder bekommen hat und das ist dann natürlich Agnes Verda ok abgefahren deswegen ist das schon ein sehr rundes Ding also es ist krass es ist halt einfach ein Liebesgedicht von der Frau an ihren Mann das ist irgendwie schon ein abgefahrenes Konzept und natürlich ist das so ein bisschen wie der indische Film den wir neulich hatten dass das auch irgendwie den Weg zeigt vom Jungen zum Filmemacher hier halt nicht vom Filmemacher selbst sondern von der Frau mit der er gelebt hat und ihn offensichtlich sehr geliebt hat aber zweifelsohne ist sehr interessant ist schön hat natürlich wirklich viel Herz klingt so ja ja das ist natürlich auch cool also fast ein bisschen geärgert hat mich natürlich dass ich nur diesen einen Film kenne von Bimmy ich habe mir seine Filmografie angeguckt und bei diesen 22 Filmen ja die Mädchen von Rochefort sind auch sehr bekannt eben den will ich halt auch unbedingt sehen weil das war ja Katrin Deneuve auch in sehr jungen Jahren wie bei Umbrellas von Cherbourg das weiß ich auch ach stimmt das war auch Deneuve ja Lola interessiert mich auch sehr und da gab es schon den einen oder anderen Film wo ich sehr neugierig drauf geworden bin und das ist halt cool weil sie liefert so ein bisschen die Situation aus der Kindheit die als Inspiration gedient hat für ganz viele Sachen und das natürlich weit entfernt von subtil und wie gesagt es ist für mich halt manchmal einfach zu glücklich alles das kann aber kann ich ja schlecht dem Film vorwerfen das bin halt ich ist ja so das Heimatfilm Syndrom dass man sagt das ist irgendwie zu viel heile Welt und zu viel Zuckerguss ja weil das ja schon auch irgendwo ein Biopic ist und ich mir dann halt einbild weil ich meine im Genre steht hier Biography und Drama und wenn du es genau nimmst ist es kein Drama weil hier passiert mal nichts dramatisches also nichts was auch nur ansatzweise dem Begriff Drama gerecht werden würde passiert hier ist halt heile Welt pur dann denke ich mir natürlich muss da ein guter Mensch bei rauskommen wenn der so viel Liebe erfahren hat in seiner Kindheit ja das ist echt abgefahren geht eine Stunde 58 natürlich rated PG also hier passieren ja auch keine schrecklichen Dinge und das ist definitiv sehenswert mhm aber eben ist ein bisschen schade ich glaube das wäre ein Film von dem man also den würde man richtig feiern wenn man mehr von Demi kennt und da eben auch schon selber irgendwie einen Bezug zu seinem Schaffen hat ja voll gut dass man so den Kreis schließen kann aber interessanter Losbeitrag so wie es klingt ja zweifelsohne Grüße an alles andere ja liebe Grüße dahin jetzt kann ich Punkte vorlesen die sehen folgendermaßen aus 7,7 sind es auf IMDb kein Metascore aber Letterboxd ist mit 4,1 im Schnitt da natürlich wieder sehr gut dabei ja hier bin ich ein bisschen auf Schwanken aber ich entscheide mich für die optimistische Variante und sag eine 9 ne ich bin mal 8 eine 8 du mhm oh klingt aber euphorischer als du warst am Ende ja ich hab ja das hab ich aber angedeutet dass ich dann schon auch ein bisschen mit mir gehadert hab weil ich eben wie gesagt in mir kollidiert da so ein bisschen was weil da geht's gar nicht drum dass ich gerne mehr Drama sehen würde es ist halt für mich schwer zu glauben dass sich das alles so abgespielt hat und ich erkenne dieses diese diese Liebeserklärung an ihn mhm aber du wirst dann da eben gerade gegen Ende wenn dann so diese Doku-Momente wirst du schon auch immer wieder so ein bisschen rausgerissen aus der Handlung und ich tu mich wirklich schwer zu glauben dass der so eine uneingeschränkt glückliche Kindheit hat also ich mein fett für ihn aber das ist schon aber es ist halt auch ein Film was Filme machen und die punkten ja meistens bei dir weißt du wenn es dann auch dieses Thema ist dass man dass die Liebe zum Film praktisch nochmal auf so Leute gewandt wird jetzt ist wahrscheinlich wieder diese Sorte Film wo ich sage 8,5 ist genauso fein also 8,5 willst du mich schon wieder überreden jetzt hier eine andere Wertung zu geben oh jetzt ist es soweit kurz vor der Lungen im Bulli siehste das Karma will dir auch sagen 8 haut nicht hin kriegst einen Hustanfall ja vielleicht muss ich erst einfach mit mir selbst glücklicher werden dann ist das wahrscheinlich sogar eine 10 achso so ist das ja das habe ich natürlich nie mehr einkalkuliert ich dachte du wärst rundum glücklich mit diesem mit mir mit diesem Podcast achso mit diesem Podcast das steht ja auf einem anderen Blatt steht auf einem anderen Blatt okay na gut ja Jaco de Nantes und jetzt kommen wir zum Gemeinsamen ja jetzt kommen wir zum Gemeinsamen bevor ich hier wieder was anteese und du dich aufregst dass ich dich vergessen habe nee diesmal hast du mich nicht vergessen du vergisst mich auch nicht wenn du die die zweite Rezension machst du vergisst mich wenn ich die zweite Rezension mache ja genau insofern bei den Dienstagsepisoden ja bei den Dienstagsepisoden bin ich meistens safe okay aber wie so oft oder wie so ziemlich in jeder Episode nehmen wir natürlich auch einen Auftragsfilm durch für einen unserer feinen Supporter aus dem 15 Euro Paket und das ist in dem Fall Mr. Pink ja schönen Gruß ach shit siehst du das wusste ich doch irgendwas habe ich vergessen hast du nicht gesampelt nee ich habe es nicht gesampelt oh äh tja hat er nicht gesampelt nee habe ich gepennt ja dann haben wir diesmal kein Sample ist aber glaube ich in dem Fall jetzt nicht ganz so tragisch weil ähm das ist ein sehr unspektakulärer Song war wo dieser ähm wo dieser Teil benutzt worden ist weil Mr. Pink für diejenigen die das nicht wissen ist ein Supporter der gibt uns immer Auftragsfilme vor und seine große Leidenschaft sind Teile die aus Filmen dann in Songs verwurschtet sind oder gesampelt worden sind und in dem Fall äh trifft das auf den zu und meistens samplen wir die Stellen und die Sachen und ähm ja gucken dann das muss er da muss er heute drauf verzichten aber du meintest ja schon es ist ja eh ein Dialog der gesampelt wurde ja Emopunk Rap nennt sich die Kombo die das gesampelt hat und das ist das klingt wie so eine Intro also du hörst dann praktisch nur so einen Raun so ein Rauschen keinen richtigen Song und in dieses Rauschen ist praktisch dieser eine Dialog aus dem Film äh mit äh eingearbeitet also das finde ich ja eh nochmal was anderes ob man eine Stelle aus dem Film sampelt und die ist dann wirklich Bestandteil des Songs oder ob man es halt für so ein Intro sampelt wie jetzt das was wir letztens hatten mit Wildstyle und den Beastie Boys ja das war ja auch nur das Intro des Songs ja das ist auf jeden Fall ein Unterschied finde ich auch und hier ist das aber auch so ne ja hier ist auch so ok und ich weiß auch gar nicht was die sonst machen ich hab jetzt nicht weiter reingehört in die in die Musik von den Boys aber was meintest du ist das für eine für eine Musikrichtung ich weiß nicht ob die Musikrichtung das ist aber die Band selbst heißt halt so wie ich gerade gesagt ja ich bin du hast das gerade vorgelesen Emo Punk Rap heißt die Band oder heißt die Mucke ne die Band heißt Private Paul glaube ich ok und der Song wo das benutzt worden ist heißt eben auch Instrumental insofern ist das wahrscheinlich dann der Eingangstrack zu dem Album oder so aber ich weiß halt nicht was die sonst für Mucke machen vielleicht ist es ja Emo Punk Rap ok aber die Band heißt Private Paul ist das eine Anlehnung an Full Metal Jacket wäre es ja Paula oder ja eben vielleicht ein bisschen abgeleitet davon möglich zumindest scheint es ja Filmfans zu sein was die was die Band angeht ok und die haben einen Dialog aus About Schmidt gesampelt ja und über den sprechen wir jetzt beziehungsweise erstmal raten wir Punkte wir raten Punkte genau und wir sprechen nicht nur über den Dialog sondern auch über den Film hey ja ich finde das ja tricky aber ich glaube ich muss anfangen ich liege knapp vorne ich habe mir hier mal siebeneinhalb notiert für dich ok ich sage bei dir eine 8 mhm ja ich finde das bei dem echt nicht ohne mhm aber für mich war es eine Erstsichtung und für dich ja nicht ne für mich nicht genau bei dir hat er ja gefehlt weil wir hatten ja neulich Alexander Payne und Dachs ja erwähnt dass du den noch nicht gesehen hast und als ich den vorgeschlagen habe für die nächste Episode war es doch Feuer im Schlamm hast du gesagt sehr gerne ja ja weil viel fehlt mir jetzt wirklich nicht von Alexander Payne der mit seinen 15 Regie Credits dann doch ein zwei Filme gemacht hat die ich als extrem sehenswert bezeichnen würde mhm aber eben so die großen und vor allem wahrscheinlich die Oscar nominierten die kennen wir jetzt zumindest mal alle ja aber sowas hast du Election gesehen Election habe ich auch gesehen der ist auch großartig okay der ist super dann hast du ja wirklich glaube ich alles gesehen wobei er hat auch noch so ein zwei Projekte die man nicht wirklich als Feature Film bezeichnen kann mhm das hast du dann wahrscheinlich noch nicht gesehen ne die kenne ich nicht auf 100% komme ich jetzt auch nicht ja so das ganze basiert auf einem Roman von Louis Bagley der auch About Schmidt heißt und Alexander Payne und Jim Taylor mit dem er irgendwie alles schreibt von dem auch Election Sideways und Downsizing also und Jurassic Park 3 hat er das Drehbuch geschrieben ich ja tatsächlich ein bisschen was anderes und die haben das dann zum Drehbuch umfunktioniert wobei es wohl nur sehr lose ähm auf dem auf dem Roman basiert ne mhm ja hat man auch äh hatte ich beim ersten Projekt auch bei Baymax da hat man sich auch ganz lose an an der Marvel Vorlage orientiert und man hat wohl irgendwie komplett alles umgemünzt was der Bruder beruflich macht und äh und so weiter und so fort also man hat fast alles geändert was irgendwie in der Vorlage mit drin war das habe ich habe ich ja auch gelesen dass echt ne Menge verändert worden ist ja und vor allem ist das am Ende wohl ne Mischung aus eben dem Roman von Louis Bagley und seinem eigenen Drehbuch The Coward was er schon während des Studiums an UCLA geschrieben hat und das ist dann jetzt am Ende so ne Mischung geworden aber das ist wieder mal einer der Fälle wo der Autor sich dann nach des Films auch dazu geäußert hat oder äußern konnte und der sagt dass wohl so der Geist des Romans da schon noch irgendwie aufrechterhalten wurde aber dass die halt nahezu alles verändert haben und dass er eigentlich nur eine Sache vermisst weil im Buch hatte Schmidt wohl dann irgendwann eine Freundin die für ihn ne Schlüsselfigur war und die haben sie hier weggelassen aber der war ein bisschen antisemitisch unterwegs hat man jetzt auch komplett unterzeichnet das haben sie auch geändert ja ja also dann erzählen wir doch mal worum es hier geht Warren Schmidt lebt in Omaha Nebraska und hat ewig bei einer Versicherung gearbeitet und ist jetzt kürzlich in den Ruhestand getreten damit fängt der Film an dass er in Rente geht und weil er jetzt an dem Punkt ist wo er irgendwie was Neues braucht in seinem Leben entdeckt er beim Fernsehen stößt er auf eine Werbung von einer Firma namens Childcare die bieten Patenschaften für Kinder in Afrika an also meldet er sich da und übernimmt eine Patenschaft für einen Jungen in Tansania namens Indugu und als er dann das Informaterial zugeschickt bekommt steht da auch drin dass sie gerne persönliche Briefe mit beifügen können wenn sie den Check monatlich schicken dass die dann weitergeleitet würden und man so eben auch ein bisschen in Austausch stehen könnte das nimmt Warren Schmidt sehr wörtlich und schreibt dann sehr viel über sich und sein Leben an Indugu steckt das mit in den Brief und schickt dann so den ersten Check dahin schreibt da sich ein bisschen den Frust vor der Seele und was ich als Stilmittel sehr schön finde ist dass diese monatlichen Briefe die er schreibt dass die uns ganz gut erzählen wie viel Zeit vergeht im Film weil man hat ja vereinzelt diese Momente wo wir dann aus dem Off Warren hören wie er an Indugu schreibt und das ist ja dann immer der Zeitpunkt wo ein Monat vergangen ist und ich finde es eben eine ganz schöne Art so zu erzählen wie viel Zeit im Film vergeht ja und dann hat er eben diese Patenschaft das ist dann so die erste Veränderung in seinem Leben und dann erfahren wir aber auch dass er das Leben mit seiner Frau lange nicht mehr so spannend findet wie früher und mittlerweile schon längst an dem Punkt ist wo ihn alles an ihr nervt also egal was die macht er ist schwer genervt davon wer ist die alte in meinem Haus die Helen Schmidt ja und Helen stirbt dann aber relativ bald und plötzlich ist Warren damit konfrontiert dass er jetzt alleine sein Leben schmeißen muss und so will er das Verhältnis zur Tochter was auch so ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren Jeannie Schmidt das will er verbessern weil bei ihr steht eine Hochzeit an die möchte einen Typen der Wasserbetten verkauft heiraten das ist in Warrens Augen natürlich nicht gut genug für seine Jeannie jetzt muss er sich erstmal damit arrangieren und als dann die Hochzeit ansteht will er da hinfahren und unternimmt so einen kleinen Roadtrip mit so einem Winnebago den sich Helen immer gewünscht hatte und den sie dann auch gekauft hatten kurz bevor sie abgenippelt ist und jetzt hat er diese riesen Karre an der Backe und macht dann ein bisschen Roadtrip und dabei erfährt er eine Menge über sich selbst eigentlich mehr als er sich erhofft hätte er erfährt lebensverändernde Dinge und so ist das dann noch ein sehr spätes Coming of Age Stück würdest du weiter erzählen was die Handlung angeht ne also wenn man schon mal einen Roadtrip Film gesehen hat dann weiß man es gibt verschiedene Begegnungen mit Leuten die sich dann auch wieder ja so kurze Anekdoten wo man sich dann auch wieder trennt vielleicht kann man auch erzählen dass er dann aufbricht so mit dem Vorwand dass er seiner Tochter halt noch bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen will aber sie will mit ihm am Telefon dann ab und sagt wir haben hier genug zu tun ich kann mich jetzt nicht noch um dich kümmern und so weiter es ist alles organisiert alles ist gut was natürlich nochmal zusätzlich dafür sorgt dass er sich so ein bisschen ungewollt fühlt oder so ein bisschen fehl am Platz weil er ja gerade so diese Leere in sich hat als er seinen Job verloren hat taucht er auch auf Arbeit auf und sagt ja vielleicht kann ich irgendwie helfen und merkt denn der Typ will den ja gar nicht weißt du das war einfach nur eine Floskel irgendwie bei dieser Abschiedspartie dass er gesagt hat komm jederzeit vorbei ich hab da noch ein paar Fragen und dann kommt er vorbei und merkt okay die einzige Frage die er hat ist warum diese Schublade da klemmt die zweite diese Leere gilt es halt für ihn so ein bisschen zu füllen und da hilft auch seine Tochter nicht weil die will ihn eigentlich gar nicht früher auf dieser Hochzeit da haben zum Helfen sondern er soll halt wie abgemacht kommen wenn es halt ansteht und gut ist naja er wird nicht mehr gebraucht und das ist was damit kann er sich nur schwer arrangieren ja richtig und dieser Herr wird von Jack Nickerson gespielt und das finde ich schon eine sehr abgefahrene Besetzung seine Frau Helen wird von Joom Squibb gespielt die Tochter Jeannie von Hope Davis ihr neuer Typ also oder der den es zu heiraten gilt der wird von Derbert Moroni gespielt wie krass der aussieht sensationell Alter was sie mit seinen Haaren gemacht haben und seine Mutter und ebenfalls Oscar nominiert neben Jack Nicholson für Supporting Role Kathy Bates die spielt Roberta Herzl die ein ziemlicher Althippie ist und die irgendwie auch nicht mehr mit dem Vater von Randall zusammen ist und jetzt irgendwie sehr freizügig lebt und dafür war die auch Oscar nominiert ja das sind die zwei Schauspieler die Oscar nominierung ja die Preise gingen allerdings an Adrian Brody in der Hauptrolle und in der Nebenrolle an Catherine Seder Jones für Chicago vergesse ich immer wieder dass die einen Oscar hat ja hat sie ja wie fandst du das voll gut also war für mich eine One-Man-Show für Jack Nicholson in erster Linie und das ist auch jemand den ich sehr vermisse auf der großen Leinwand der hat glaube ich danach noch eine Handvoll Filme gedreht 2010 hat er sich zurückgezogen und das ist so einer der letzten von ihm und ist schon ist schon ein Film dem so irgendwie auf den Leib geschrieben also einerseits eine untypische Rolle für ihn andererseits aber schon irgendwie geiles Schauspielkino wo er nochmal zeigen kann was er was er drauf hat also was er danach gemacht hat diese Bucketlist und so den fand ich schon eher harmlos da ist der hier schon da geht der hier schon ein bisschen tiefer weil man sieht schon in jedem Blick von ihm aber gleichzeitig beweist er halt auch dass er immer noch diese Physical Comedy drauf hat mit dem Wasserbett und so weißt du und wenn er halt irgendwie guckt oder diese abgelaufenen Medikamente zu sich nimmt und so weiter und dieser Blick von ihm ist es halt es hat Nicholson er ist halt ein Charakter so weißt du und alleine er hilft dem Film auf jeden Fall nochmal auf ein anderes Niveau also es ist schon großartig und Kathy Bates und so und die Nebenrollen sind natürlich auch mega ich mag Juden Squibb auch total also seitdem die bei Nebraska da auf dieses Grab gepinkelt hat ist sie für mich auch legendär und die ist ja über 90 und dreht auch mittlerweile noch ähm auch eine Superschauspielerin ja Hope Davis ist auch toll die war ja in Your Honor sowas wie ein Antagonist und da ist die so böse Alter richtig geil badass und hier ist halt so das Gegenteil ja in Succession war die schon auch schon sehr berechnend und so in dem was sie gemacht hat da war sie auch nicht gerade nett dann haben wir noch Land Cario den würde ich noch erwähnen das ist auch ein Typ den ich aus sehr vielen Serien und Filmen kenne und der spielt ja eigentlich so den besten Freund von Warren der aber auch ein Geheimnis hat was dann im Laufe des Films aufgedeckt wird und schon eine interessante gute Besetzung Ja aber also für mich ist wirklich bahnbrechend die Besetzung von Jack Nicholson weil auch wenn er hier natürlich eine One-Man-Show macht ich finde die Besetzung ziemlich mutig weil ich habe mir wirklich schon einige Filme mit Jack Nicholson gesehen ich habe aber noch nie so eine Rolle von ihm gesehen weil für mich ist normalerweise bei seinen Figuren immer ein Teil dabei der undurchsichtig ist der so der irgendwie eine Zwielichtigkeit reinbringt weil er das einfach archetypisch mitbringt du hast finde ich bei fast all seinen Figuren immer das Gefühl da ist noch eine Seite die echt fies werden könnte was unberechenbares hat er schon weißt du was ich meine genau hat er in seinem Blick alter hier hat er das nicht das stimmt das ist die erste Rolle wo ich sage der spielt einen durch die Bank weg guten Menschen also so so ein herzensguter Typ der niemandem was antun könnte und geschweige denn irgendwie auch Gedanken hat die in so eine Richtung gehen und was aber sonst alle seine Figuren haben das sonst ja und das hat mich am meisten beeindruckt dass er es irgendwie schafft das Ding wegzuspielen ja das kann auch ja hab ich halt bis dahin noch nicht gesehen und ich meine wie du schon gesagt hast das ist ja in seiner letzten Rollen und zudem ist er sehr unauffällig also er ist ja er ist ja eher so der Typ der übersehen wird was auch sehr untypisch ist für ihn weil er ist ja normalerweise so bei die Patin und so ist ja der Macher er ist ja trotzdem der Typ der das Charisma mitbringt und der so der so den ganzen Raum einnimmt weißt du und auf den alle auf den alle hören so diese Autoritätsrespektperson spielt er auch bei irgendwelchen Rom-Coms die er gespielt hat spielt er auch so den Typen der die der das große Maul hat weißt du und der erstmal auf den alle aufmerksam werden und so und hier ist er ja eher so der der nicht beachtet wird der als letztes bedient wird irgendwie in so einem Diner und so weißt du in einer Ecke sitzt und das war ja laut Trivia-Effekt war das ja wohl die einzige Ansage von Alexander Payne an Jack Nicholson dass er zu ihm gesagt hat ja I want you to play a small man ja und es ist halt so krass wie er das bringt er delivered ja Schmidt Happens Schmidt Happens großartige Tackle ja fand ich auch super mega ja also hab mich wieder mal sehr überrascht und ich find's so geil der Film steigt ein und du siehst so Detailshots von Omaha und wie er halt die Trostlosigkeit dieser Stadt erzählt das ist tatsächlich so ein bisschen auch die Handschrift von Alexander Payne hab ich jetzt halt im direkten Vergleich bei The Holdovers gesehen und das ist schon krass also wie wie die Location wie sie etabliert wird eben auch eine gewisse Rolle spielt im Film kann er gut ja das kann er wirklich gut na also ich war schwer beeindruckt ich mochte den sehr sehr gut so geil Alter aber ich mein also mir geht's da ja wie dir ich bin halt einfach gnadenloser Jack Nicholson Fan ich ja klar könnt ihm wahrscheinlich dabei zugucken wie er ein Telefonbuch vorliest und wenn's trotzdem fällt ja der hat schon durchschnittliche Filme hat er auf jeden Fall auf ein anderes Level gehoben und das ist schon auf jeden Fall einer der ganz großen der Filmgeschichte kann man nicht anders sagen insofern der fehlt schon total aber gut der Ruhestand sei ihm auch gegönnt so ist ja nicht also hat er legendäre Filme schon uns hinterlassen an der Fall ist fein aber ist cool nochmal dieses Spätwerk gesehen zu haben 125 Minuten geht er ist rated R das verstehe ich auch nicht so ganz Kathy Bates Full Frontal naja gut nicht Full Frontal aber schon in wie Gott sie schuf ja das sorgte vielleicht als rated A man weiß es nicht die sind dann schon recht offensiv unterwegs ja ja okay wer hat 30 Millionen hat das Ganze gekostet über 105 eingespielt mhm das ist wahrscheinlich schon die Kombination aus Alexander Payne und Jack Nicholson kann ich mir vorstellen ja hat schon recht erfolgreiche Filme gemacht also Sideways und so war ja auch so ein Programmkino Hit und ist dann richtig ey das fand ich so geil als die hier in dem Kino vorbeifahren hast du drei Kinoseele irgendwie und bei dem ersten steht wird gerade repariert und beim zweiten steht Sideways echt hab ich gar nicht gesehen hast du nicht gesehen ist so geil da lief Sideways läuft bei About Schmidt schon im Kino ach wie witzig und das war ja also der kam ja glaube ich erst 2004 oder so das war sein nächster Film ja ja okay hat er schon angekündigt ja wie cool fand ich sehr cool geil ja und Darren Moroni Alter was für ein Lappen mit diesem Schneeballsystem das ist kein Schneeballsystem aber du musst halt ein paar Leute finden und so weiter sonst kann ich da auch keine Karriere machen du hast es halt falsch gemacht und so ist so witzig gut also dem gegenüber ist er wieder nicht nicht allzu freundlich den will er ja eigentlich nicht in seiner Familie haben aber ist schon auch interessant wie er dann am Ende mit umgeht ja das About Schmidt ja danke Mr. Pink Grüße nach Bremen ja vielen Dank bin froh den endlich gesehen zu haben konntest die Lücke schließen sehr gut ja jetzt hab ich noch die Lücke mit Holdovers aber den werd ich mir definitiv auch angucken siehst und hier steht halt zum Beispiel nur Drama drin weil wenn jetzt hier Comedy mit dem Genre gestanden hätte hätte ich mich nicht gewundert stand auch drin dass Jack Nicholson sich gewundert hat dass er bei Golden Globe ja stimmt dass er in der Drama Kategorie die Drama Kategorie nominiert war und er meinte so ich wundere mich weil ich dachte das wäre eine Comedy naja zu dem Punkt ja dachte er gab es ja aktuell gibt es ja schon einen kleinen Shitstorm ne zu dem Film den ich hier besprochen habe May December weil der jetzt nominiert wurde für den Golden Globe in der Kategorie Best Musical or Comedy achso in der Kategorie läuft er und es da jetzt halt einen Shitstorm gibt weil wir sagen was hat der in der Kategorie verloren ja die fiel es ja schwer da die Comedy dran zu sehen ja eben naja ja dann kommen wir zu den Punkten IMDB 7,2 hat einen Metterscore von 85 das ist auf jeden Fall ordentlich Letterboxd 3,6 ja und ich bin bei 9 du bist bei einer 9 ja ich bin bei einer 8 ok also halb miesen für dich ein miesen für dich dann haben wir einen Endstand von 1,5 zu 2,5 1,5 zu 2,5 ja na gut Punkt für mich der marschiert hier wieder durch ey tja traurig traurig was soll ich denn sagen Alter es ist heute ich hatte nicht eine Nullrunde ich auch nicht nee du auch das ist das Problem im Kiezug dazu muss ich ja die Nullrunde machen aber insofern wie gesprungen werde ich die dann auch nicht machen naja wir nehmen ja heute noch eine Support Episode auf ja da führe ich 1,0 siehste insofern da geht noch was da geht was apropos Support Episode vielleicht erwähnen wir mal was wir denn mit Classic Dave in der Support Episode am Sonntag besprochen haben da ging es nämlich um besagten May, December genau den Dave hat einen Film aus vom Balkan mal mitgebracht mit dem Namen der Scheintrügt stimmt und ich hatte Dawn of the Dead von Zack Snyder das Remake wohlgemerkt und dann hatten wir noch einen gemeinsamen in Form von Tenacious D oder war das in der regulären die hatten keinen gemeinsamen in der Support Episode aber Alter weißt du was so geil ist ich bin da über das haben wir nämlich gar nicht erwähnt weil ich bin über die Recherche zu Tenacious D drauf gestoßen dass es da schon mal eine kurzlebige Serie gab ah ok die hatten eine HBO Serie Ende der 90er Tenacious D wo vieles davon eigentlich schon verbraten wurde abgefahren nee das habe ich auch nicht mitbekommen wir waren irgendwie verteilt über irgendwie zwei drei Jahre aber es waren dann unterm Strich auch nur glaube ich eine Staffel mit sechs Episoden ok noch ein Funfact nachgereicht ganz weird ja ich will die natürlich sehen sehr gut ja ich habe auch wo wir gerade über Dawn of the Dead geredet haben ist auch so geil wie ich da einfach abgedriftet bin weil ich wollte eigentlich erzählen wie geil Zack Snyder so in Vorspannsequenzen ist und er hat ja bei Watchmen mit hier mit Bob Dylan und so weiter diese eine der ganzen Vorspannsequenzen überhaupt hingelegt wo dann so die Bilder von den Superhelden ist und was aus denen geworden ist und bei Dawn of the Dead habe ich ja noch erwähnt dass Johnny Cash When the Man Comes Around der Titelsong ist aber ich habe nicht erwähnt dass dann die Titelsequenz gespickt ist aus irgendwelchen Kriegsbildern dann so wieder um diese Zombiebilder weißt du so ein bisschen so Nachrichtenfootage und so und darunter läuft dann dieser Johnny Cash Song das heißt du hast so einen Zusammenschnitt aus irgendwelchen krassen dystopischen Bildern Nachrichtenbildern irgendwelche teilweise reale Nachrichtenbilder von irgendwelchen LKWs die in so eine Menschenmenge reinfahren und so eine Geschichte also wirklich so von wegen die Menschheit ist am Arsch also so den Weltuntergang als Intro richtig als Intro und dann dazu läuft der Johnny Cash dieser geniale Song ist halt richtig richtig geil gemacht inszenatorisch ja aber da bin ich bei dir also das hat da glaube ich selbst bei Army of the Dead oder so also es sind immer ziemlich auffällige Intro-Sequenzen ja finde ich mega das kann er weißt du denn kommt der eigentlich auch aus dem Musikvideo-Bereich Zack Snyder hat der schon Musikvideos gemacht das kann ich dir gar nicht sagen weil man könnte es vermuten finde ich so wie seine Intros aussehen ja oder die Einarbeitung von Musik in seine Filme ja ja eben könnte man meinen vielleicht hat er sich das gemacht weißt du auch nicht ne kann ich dir nicht sagen ob er das Wannabe-Video inszeniert hat ich weiß es nicht warum gerade Wannabe ist auch ein Musikvideo ja okay straight oder kommt keine Ahnung ähm um nochmal die Brücke zu schlagen zur Support-Episode auch in dieser Episode werden wir erwähnen ihr habt diesen Monat noch Zeit Supporter zu werden und äh auf sämtliche Episoden zuzugreifen die wir bisher rausgebracht haben das sind 186 an der Zahl also ähm danach ist dicht ab Februar ist vorbei genau ab Februar kriegt ihr nur noch die zukünftigen Episoden beziehungsweise die neuen Episoden die dann sonntags rauskommen alle die jetzt noch diesen Monat auf den Zug ausspringen kriegen noch das komplette Portfolio danach haben wir gesagt 185 Episoden aufgenommen 186 da muss man erstmal extra blechen bis man dass man alle hören kann ja ist glaube ich fair und äh ihr habt aber noch den Januar Zeit euch dazu entscheiden und ansonsten äh wenn das Flaschensammeln nicht reicht für dieses Paket äh haben wir ja noch die niedrigeren Pakete nämlich das 6 Euro Paket wo ihr Losfilme beitragen könnt und das 3 Euro Paket da gibt es komplette Tabelleneinsicht supportet die Banausen ja mach das auch im neuen Jahr und herzlich willkommen an alle 9 herzlich willkommen an alle 9 das erste Brüderpaar in der Supporterschaft ist dazu gestoßen also das ist auf jeden Fall eine Premiere insofern ja danke fürs weitersagen Grüße ja und eure Lose schmeißen wir jetzt auch gleich rein insofern willkommen im Banausen Lostopf ja herzlich willkommen hoffen wir mal dass ihr da anständiges Zeug reinschmeißt definitiv also der Einstand ist schon mal ganz gut gewesen so wie kann ich erwähnen gut und ja mehr habe ich nicht hast du noch irgendwas nein irgendwelche Hinweise nichts wir haben auch noch nicht geplant welchen Auftragsfilm wir in der nächsten Episode durchnehmen kann man doch gar nichts sagen da müsst ihr euch überraschen lassen aber da kommt auf jeden Fall wieder was und Leute die Tabelleneinsicht haben die wir in dem Moment wenn wir was abgekaspert haben werden dann auch sehen was in dieser Episode rankommt oder beziehungsweise in den nächsten Episoden ja also wenn ihr euch ganz eifrig vorbereiten wollt könnt ihr das machen so sieht es aus gerne die Filme mit gucken dann wirst ihr auch wovon wir hier reden ja wunderbar fertig für heute dann vielen Dank in die Runde sind wir raus vielen Dank schüsselbunt bewegt Bild Banausen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal